Komme in eine einfache, bequeme Sitzposition, wie zum Beispiel Sukhasana, falte deine Hände und bringe sie in Anjali Mudra oder Namaste vor dein Herz und lass uns unsere Übungsfolge mit einem uns verbindenden Om eröffnen, bevor wir weitergehen und die fünf Bewegungen von Prana, der Lebenskraft, symbolisch aktivieren. Arme kommen nach oben. Bring deine Arme weit zur Seite. Om Nudana Svaha Om Samanasvaha Om Nudana Svaha Dann bring diese Balance in dein ganzes Wesen Sein. Um Nudana Svaha Um Nudana Svaha Von Sprüche Daning